Ja Freunde, wir werden heute einen Monster-Safe sehen, der mir tatsächlich fast beide Arme rausgerissen hat. Und wir werden einen schlechten Verlierer sehen, sagen wir mal so. Wie das genau zustande gekommen ist, wer genau dieser schlechte Verlierer sein wird, das werden wir am Ende des Rennens natürlich dann sehen. Und mich würde wie immer brennt eure Meinung interessieren, was ihr dazu sagt. Deswegen ziehen wir uns jetzt mal gemeinsam das Rennen hier rein. Die Lampen springen auf Rünen. Wir starten von der dritten Position, aber sind jetzt schon auf der zweiten Position, weil der Lambo ja quasi meinen Part eigentlich übernommen hat, nämlich er hat den Start verschlafen. Das passiert mir tatsächlich sehr, sehr oft, wenn ich nicht gerade von der ersten Position starte. Da verpasse ich hier und da öfter mal den Start und bin eine Sekunde zu spät auf dem Gas und werde dann aufgefressen von den ganzen Hintermännern. Aber das ging jetzt tatsächlich mal ganz gut hier für uns. Wir sind auf der zweiten Position und wir werden auch gleich sehen, dass die Pace hier vorne wieder sehr, sehr gut war. Und ja, dass die Hintermänner, ihr seht es jetzt auch schon, die Lücke ist direkt auf, ja, sagen wir mal, knapp über eine halbe Sekunde, sechs, sieben Zehntel aufgegangen. Und das hat mich schon wieder relativ positiv gestimmt. Das ist immer ein sehr gutes Gefühl, wenn man nach hinten erstmal nicht die ganze Zeit, ja, die Augen nach hinten gerichtet haben muss. Hier sehen wir es auch, die Lücke ist aufgegangen und sie wird auch, ja, tatsächlich jetzt gleich noch ein bisschen weiter aufgehen. Aber der Lambo da vorne, der hat gut angegast. Und da müssen wir jetzt erstmal schauen, dass wir da dranbleiben können. Wir sind hier, ja, immer noch auf Brent's Hedge unterwegs, wieder in einem 40-Minuten-Rennen. Das ist hier der letzte Tag gewesen auf Brent's Hedge. Und ich finde es immer sehr, sehr geil, wenn man am Anfang der Woche, sag ich mal, anfängt und dann im Laufe der Woche merkt, bei einer Strecke, dass man sich immer weiter verbessert und dann, ja, am Ende der Woche im besten Fall natürlich regelmäßig vorne mitfahren kann. Und genau so war es hier auch auf Brent's Hedge. Also wirklich macht mir in iRacing sehr viel Spaß die Strecke hier. Der Lambo schon mit einem ersten kleinen Fehler. Ist hier ein bisschen weit gegangen in Kurve 1 und da kann ich euch sagen, da wird gleich nochmal, ja, ihr habt es gerade gesehen mit dem Save, da wird die eine oder andere Sache nochmal gleich passieren. Ob wir das Ganze überleben, wie wir das Ganze überleben, das werden wir auch sehen. Hier schon wieder ein bisschen über dem Limit gewesen in dieser dritten Kurve hier auf Brent's Hedge. Da will man den Schwung schön mit rumnehmen, schön schnell reinlaufen lassen. Aber wenn man das Ganze übertreibt, dann sieht das so aus wie gerade das erste X haben wir schon gesammelt. Und ja, X, Xe sammeln in iRacing, das ist auch so eine Königsdisziplin von mir. Das muss ich mir noch so ein bisschen abgewöhnen. So, wir springen doch mal ein bisschen weiter. Vier Minuten haben wir schon absolviert in diesem Rennen. Der Lambo gast weiter an da vorne. 1,27 war seine schnellste Runde, jetzt 1,28. Und wir sind wiederum jetzt eine 1,27 gefahren und davor die Runde eine 1,28. Also, wir haben uns hier ordentlich abgewechselt mit den Rundenzeiten. Also, komplett auf einem Niveau gewesen. Und ihr seht auch unten schon in der Zeitentabelle oder in den Abständen, zweieinhalb Sekunden schon auf P3 nach nicht einmal 5 Minuten. Das war schon ziemlich krass, das hätte ich nicht gedacht. Weil die Jungs dahinter, die waren eigentlich auch ja gar nicht so langsam. Aber wahrscheinlich lief jetzt hier alles erstmal für uns. Die haben ein paar Fehler hinter mir gemacht. Und dementsprechend, ja, müssen wir mal schauen. Was geht jetzt hier mit dem Lambo? Wir sind tatsächlich dran. Wir sind zum ersten Mal hier richtig dran, so nach ungefähr 5 Minuten. So, dass wir uns mal im Rückspiegel sehr präsent zeigen können. Und die Frage ist jetzt natürlich, lässt der Kollege sich aus der Ruhe bringen? Wir haben es ja in dem letzten Rennen gesehen, wie schnell es hier auf Brands Headshake gehen kann. Genau hier an dieser Stelle, wenn man da ins Kies kommt, dann kannst du auch mal links einschlagen. Und dann ist dein Rennen halt komplett vorbei. Hier ist ein bisschen schnell reingefahren in die Kurve. Da sind wir jetzt wirklich direkt dran. Aber weder in diese Kurve, da musst du wenn mit der Brechstange rein oder wenn er hier schlecht rauskommt, dann kannst du hier in dieses Back-Auf-Stück, in dieser links, da kann man auch mal kurz die Nase reinhalten. Ja, oder man kann sich halt in der ersten Kurve so positionieren. Also wenn der Vordermann da einen Fehler macht in der ersten Kurve, dass man in die zweite Kurve rein attackieren kann. Aber viel mehr Möglichkeiten hast du eigentlich hier schon nicht auf Brands Headshake. So, wir springen nochmal ein bisschen weiter. Gleich 10 Minuten hier absolviert in diesem Rennen. Und ja, es war so ein Abwechseln zwischen kleinen Fahrfehlern, sage ich es mal so. Mal habe ich einen Fehler gemacht, mal hat er einen Fehler gemacht. Dann war er mal wieder ein bisschen weiter weg. Jetzt sind wieder wir ein bisschen näher dran. Und guckt mal auf den Abstand nach hinten. Das sind mittlerweile 8 Sekunden. Und jetzt kam zum ersten Mal die Phase, wo wir hier wirklich richtig nah dran waren. Und in diesem schnellen Stück hier ist es tatsächlich gar nicht so einfach, dann direkt dahinter zu bleiben. Hier, diese schnelle Rechts hat er nicht so ganz gut getroffen. Da sind wir mit mehr Schwung durchgekommen. Auf Brands Headshake musst du tatsächlich sehr präzise fahren. Du musst zum Beispiel hier immer ganz außen an die Grasnarbe, auch hier an die Grasnarbe ran. Dann genau jetzt hier wieder nach rechts rüber an die Grasnarbe, damit du halt immer in diesen schnellen Passagen natürlich diesen maximalen Schwung mit durch die Kurve nehmen kannst. Und das ist nicht einfach, wenn du direkt vor dir einen hast, der dir so ein bisschen die Sicht versperrt und wo du die Einlenkpunkte nicht so ganz sehen kannst. Genauso wie in der letzten Kurve. Da muss man auch immer schön den Schwung mitnehmen. Und ja, jetzt schauen wir mal. Wir haben mittlerweile über 20 Minuten absolviert. Und genau jetzt kam die Situation, wo ich die Karre hier fast weggeworfen habe. Also keine Ahnung, wie ich das Ding noch gefangen habe. Aber im Endeffekt war es irgendwie einfach nur eine komplette Reflex-Situation, wo ich einfach das Lenkrad wild rumgerissen habe. Sagen wir es mal so. Aber ich habe auch gar nicht damit gerechnet, mit dieser Situation, weil ich dachte eigentlich, ich hätte genug Platz nach links. Ich habe das Kies da nicht berührt. Ja, aber es war anscheinend nicht so. Und da haben wir die Karre fast voll in der Mauer versenkt. Und jetzt kamen die ersten Überrundungen. Das hat mit dem Audi zum Glück hier einigermaßen gut funktioniert. Er hat uns dann auch durchgelassen, hat das Gas gelupft. Und jetzt hier der BMW. Ja, da ist der Lambo direkt durchgekommen an einer guten Stelle. Und ich habe natürlich auch gehofft, dass wir jetzt hier schnellstmöglich vorbeikommen. Keine Zeit verlieren, weil das können genau diese entscheidenden Situationen sein. Wo der Vordermann dann wieder so eine Sekunde ausbauen kann. Wo er dann nicht mehr den direkten Druck hat. Und vielleicht findet er dann ja wieder seine Pace. Und kann ja den Abstand die ganze Zeit identisch halten. Also das sind genau diese Situationen, die sehr gefährlich sind hier mit den Überrundungen. Aber auch der BMW hat mich dann durchgelassen. Ja, und dann kam es zu den Boxenstops. Da kann natürlich auch nochmal hier und da was schief gehen. Ich war sehr spät auf der Bremse. Das hat aber sehr gut gepasst. Also noch sogar ein bisschen Luft gehabt, wo wir die Linie überquert haben. Ja, und gleichzeitig sind wir dann auch wieder hier losgefahren, der Lambo und ich. Und es ging quasi 1 zu 1 so weiter. Also nicht wirklich Zeit gewonnen. Nicht wirklich Zeit verloren. Ungefähr identisch geblieben, der Abstand. Und dann geht es natürlich gleich in die Schlussphase. Wir haben jetzt eine halbe Stunde gleich absolviert. Jetzt haben wir noch, sagen wir mal, 8 Minuten auf der Uhr. Und jetzt geht es natürlich ans Eingemachte. Die Lücke mussten wir erstmal wieder zufahren nach meinem kleinen Fehler. Hier, der Ferrari hat einen etwas größeren Fehler gemacht. Der ist nämlich komplett in die Boxenmauer reingefahren. Ich weiß nicht, ob er da in die Box reinfahren wollte, ob er das Heck verloren hat am Exit der letzten Kurve. Aber auf jeden Fall hat es den komplett aus dem Leben genommen. Ja, und auch hier wieder der Lambo mit einem kleinen Fehler. Noch gut 8 Minuten haben wir jetzt hier auf der Uhr. Wir sind wieder tatsächlich ein bisschen näher rangekommen. Also von der Fehleranfälligkeit her und von der Grundpace her waren wir auf jeden Fall besser unterwegs als der Lambo. Deswegen konnten wir, selbst wenn mal eine Lücke von einer Sekunde oder so aufgegangen ist, oder knapp eine Sekunde war, glaube ich, die maximale Lücke hier zwischenzeitlich, wir konnten die Lücke immer wieder zufahren, weil wir einfach konstanter unterwegs waren und weniger Fehler gemacht haben. Jetzt hier vorne gleich die nächste Überrundung. Wieder eine kritische Sache. Es kann immer das Zünglein an der Waage sein, aber auch hier der BMW hat den Rückspiegel geschaut, hat gesehen, P1 und P2 kommen hier von hinten und da willst du dich normalerweise nicht einmischen. Es gibt immer hier so Spezialisten, die mal hier und da, ja, die Übersicht entweder nicht haben oder, keine Ahnung, das Ego zu groß ist, sonst was. Und jetzt sind wir hier wieder in der identischen Situation wie vor ein paar Runden direkt dran jetzt hier. Hier kannst du zum Beispiel auch eigentlich nicht reinstechen, weil die Kurve einfach zu schnell ist und, ja, zu zweit nebeneinander durch diese vorletzte Kurve ist auch keine gute Idee. Jetzt sind wir hier wirklich direkt dran am Ende der Runde, aber das reicht nicht. Auch hier kannst du normalerweise schlecht innen attackieren, beziehungsweise die meisten machen einfach innen zu. Das Einzige, was du da machen kannst, du kannst außen ein bisschen mehr Schwung holen und dann hier vielleicht dich für diese erste Kurve positionieren oder spätestens für die zweite. Das kann man aber machen, so wie wir es jetzt hier gemacht haben, ein bisschen mehr ausgeholt. Aber er zieht natürlich auch wieder direkt hier nach innen und macht hier die Linie zu. Und das ist hier ganz schwierig, außenrum irgendwie vorbeizukommen. Also vorbeikommen geht schon mal in den meisten Fällen schon mal gar nicht, aber man kann sich positionieren und dann vielleicht hier in diese Links rein, wenn man gut daneben bleiben kann. Aber es ist, wie gesagt, sehr, sehr schwierig. Wenn du einen guten Fahrer hast, ist es fast sogar unmöglich. Aber unmöglich, sagen wir mal so, ist ein Wort, was es eigentlich im Simracing hier und da nicht gibt. Es kann so viel passieren. Und ja, deswegen gehen wir jetzt hier gleich in die letzten fünf Minuten rein. Und wo kommen wir hier vorbei, Freunde? Wo kommen wir hier vorbei? Wir haben die Fehler gesehen hier und da. Er hat die Fehler gemacht. Und es wird auch gleich noch in eine Situation kommen, die hätte ich ein bisschen besser ausnutzen können. Werden wir gleich sehen. Aber jetzt erstmal wieder hier Mittelpassage gucken. Slow Car Ahead ist auch keine gute Nachricht, die du hier haben willst in diesem Sektor. Aber der Kollege stand hier ganz rechts an der Strecke, am Streckenrand. Deswegen, da ist nichts passiert. So, und jetzt hier nochmal ganz außen an. Die Grasnarbe erfährt er sogar auf die Grasnarbe drauf. Aber das kann auch hier und da schon mal so ein leichter Handzeigefehler sein. Also normalerweise, wenn du da auf die Grasnarbe kommst, bist du weg, wenn du da einlängst. Und dann zieht sie das Heck rum. So, jetzt hier letzte Kurve. Gut positionieren, gut in Schwung mitnehmen. Ja, da konnte ich nicht ganz früh aufs Gas gehen. Da seht ihr auch, der Lambo kann sich ein bisschen vor mir halten. Und da haben wir nicht so eine gute Position, wie wir es gerade hatten. Deswegen müssen wir nochmal schauen. Je erste Kurve bin ich tendenziell ein bisschen besser durchgekommen. Trotz meines Fehlers, Freund. Also da habe ich das Vertrauen sogar ein bisschen verloren. Hier habe ich mal kurz mich angetäuscht, um ihm zu signalisieren. Ja, Kollege, ich will dich jetzt hier unter Druck setzen. Aber jetzt hier in der Schlussphase ist das eigentlich alles egal. Jetzt ist es einfach nur hier reines Verteidigen. Oder hier voller Attacke für mich eher gesagt. Und den Fehler, den kleinen Fehler, den er vielleicht irgendwo macht, komplett direkt ausnutzen. Hier war ich gerade auch schon mal wieder in der Situation, wo ich direkt an seiner Stoßstange dran war. Aber wie gesagt, in dieser schnellen Passage hier im Mittelsektor auf Brands Hedge, da kannst du eigentlich nicht daneben fahren, wenn dein Vordermann nicht einen dickeren Fehler macht. Hier vorne der Ferrari könnte auch wieder das Zünglein an der Waage sein. Wir wollen es nicht hoffen. Jetzt geht es gleich hier in die letzten Runden. Drei Minuten haben wir noch auf der Uhr. Und mich interessiert auf jeden Fall jetzt schon mal brennend, was ihr zu dem letzten kleinen Vorfall, der jetzt hier gleich passieren wird, was ihr dazu sagen werdet. Weil das ist immer so eine Situation. Rennfahrer sehen es aus erster Sicht oder aus ihrer Sicht immer so, dass sie im Recht sind. Ja, der andere ist immer schuld. Und deswegen werden wir da jetzt mal gleich schauen, was dabei rauskommt. Aber jetzt erst mal wieder die Augen auf die Strecke. Der Lambo verteidigt sich hier natürlich wieder in Kurve 2 rein. Der Ferrari steht da vorne vielleicht schon ein bisschen im Weg. Also der war ja für Kurve 1 natürlich noch zu weit weg. Aber Kurve 2 kam mir so rangeflogen, dass er vielleicht sogar ein bisschen im Weg stadt. So, der Lambo wollte sich hier erst verteidigen und dann hat er einen kleinen Fehler gemacht. Dann hat er nämlich die Tür offen gelassen. Aber ich habe den Fehler gemacht, dass ich es nicht konsequent ausgenutzt habe. Also es war, sagen wir mal, so ein halbgares Manöver. Und da hätte ich im Endeffekt viel aggressiver reinpushen müssen, um ihm so ein bisschen den Weg abzuschneiden. Damit er einfach nicht den Schwung hinten raus mitnehmen kann. Aber ja, das war quasi die Chance, die ich hier vertan habe. Also die erste Chance. Aber es wird noch eine Chance kommen. Und da werden wir jetzt schauen, wie sich das Ganze ergibt. Wir sind hier schon jetzt in der vorletzten Runde. Und wir sind hier quasi immer noch in der gleichen Situation, wie vom Rennstart an. Also wir haben hier quasi 40 Minuten dieses Lambo-Hack direkt vor unserer Nase. Die Frage ist jetzt natürlich, können wir uns nochmal vor dieses Kfz manövrieren? Das ist eigentlich die größte Frage, die wir uns jetzt hier alle stellen. Und die Antwort werden wir jetzt in ein paar Sekunden erfahren. Denn, ja, durch diese rechts müsst ihr jetzt mal drauf achten. Da ist er nicht gut durchgekommen. Er ist hier zu spitz reingefahren, innen auf die Wiese gekommen. Hat das Auto hier sogar fast verloren. Ist außen auf die Wiese gekommen. Und ich bin jetzt hier neben gefahren in dieser schnellen rechts. Das geht eigentlich nicht gut. Da gibt es eine leichte Berührung. Und das hat ihm anscheinend gar nicht gefallen, dass wir ihn da ganz leicht berührt haben. Wir gucken es uns gleich nochmal gemeinsam an nach dem Rennen. Aber wir haben ihn zumindest erstmal überholt. Und, also, wie gesagt, schreibt es gleich mal in die Kommentare, was ihr zu diesem Manöver gesagt habt. Er hat den Fehler gemacht. Und es war eigentlich meine einzige Chance wahrscheinlich. Es sei denn, er hätte hinterher noch einen Fehler gemacht. Es war eigentlich die einzige Chance, wie ich da irgendwie vorbeigekommen wäre. Und, ja, wir haben das Ding im Endeffekt gewonnen. Und jetzt kommen wir zu dem Thema schlechter Verlierer. Denn, ja, ich wollte das Auto einfach ganz entspannt an die Strecken, an den Strecken ranstellen. Und, ja, er hat mir hier signalisiert, dass ihm das überhaupt gar nicht gefallen hat. Dadurch haben wir nochmal 4x bekommen. Und hier gucken wir uns die Situation an. Hier gab es eine ganz leichte Berührung, was im Endeffekt in so einem kleinen Hit geendet hat. Und dadurch ist er aufs Kies gekommen. Und dadurch hat er gesagt, Hope I don't see you on the track again. Also, ich sehe das nicht ganz so eng, aber ich bin auch nicht der Leidtragende gewesen. Wie gesagt, eure Meinung würde mich interessieren. Ich würde sagen, er ist einfach ein schlechter Verlierer gewesen. Weil, im Endeffekt, war es ein geiles Rennen für uns beide. Und auch der zweite Platz wäre hier absolut geil gewesen. Weil, es war insgesamt ein geiles Rennen. Freunde, checkt gerne meine anderen Videos aus. Und wir sehen uns im nächsten Video. Euer Mavix. Ciao, ciao.